hallo meine lieben kochfreunde hier ist der matti ich begrüße euch recht herzlich auf meinem kochkanal heute zeige ich euch ein rezept aus tschechien und zwar tschesnetschka tschechische knoblauchsuppe ja leute die tschechische knoblauchsuppe die gilt als die beste knoblauchsuppe der welt sie hat einen ausgezeichneten geschmack ein sehr intensives knoblauch aroma und sie gilt auch als allheilmittel wenn du mal einen übern Durst getrunken hast und sie hilft ausgezeichnet gegen kater und man sagt sogar die knoblauchsuppe würde schlagen besser halten das kann ich mir sogar vorstellen dass bei der menge knoblauch im blut dass das schlagengift kein bock hat sich weiter zu verbreiten und wer weiß für was das noch alles gut ist und außerdem hilft die suppe sehr gut gegen soziale kontakt muss halt oft essen am besten jeden tag ja aber ich esse die tschesnetschka nicht weil ich angst verschlagen habe oder regelmäßig ein übern Durst trinke oder zu viele freunde habe ich esse sie einfach nur weil sie ein himmlisch intensives knoblauch aroma hat super lecker ist einfach zuzubereiten und ja leute tschechische knoblauchsuppe das originalrezept so wird's gemacht und 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 Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018